Willkommen zu TREC MANIA TORBO So, dann wollen wir hier gleich mal beginnen Anleihen Geht da auch schon geil aus, die Schrecke da, ey, Hammer So, dann mal hier Spiele 100, mal gucken, wo da rinkommt Sehr schön Bin in Kamei geschwand, Alter Das krasse Deck Ach du Scheine Ach du Alles klar, ey Du magas, ey Du magas, ey Komm, 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 komm Ach du Scheiße Komm, komm, komm Oh, fuck Siebzehnter Oh, lol Weiter Weiter So Ah, jetzt ist ja ganz arme, was ich eigentlich wechselt, wenn ich nach zwei, ey, Hammer Schnell kannst du gar nicht gucken, ey, ey Komm, komm, komm Komm, komm, komm Jawohl Äh, 50er, ey, ach du Scheiße Ah, 12 Sekunden noch, wo man gar nicht mehr weiterfahren Geil Geil Na, 16er, naja Sehr schön 3.700, okay Läuft Oh Mann, ey, ist ja bedürftig, ey Na, ist mal dran gewöhnt Aber krass schwer, die Maps, ey, geil Bloßes Ladesystem, also ja Könnte ein bisschen schneller sein Mal gucken, wieviel Stunden wir in diese Game verbringen, jetzt wie bei Trackmania über 700 Stunden oder so Mal gucken, ob wir das hier bei Ooplay Trackmania Turbo hier auch schaffen Warte ich zwar bezweifle, aber mal 5, 3, 2, 1, go Oh Mann, wo man ja Oh Mann, wo man ja Oh, was du mean to do that? Hey, pay attention Ay, 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 ay Na, nie nur noch weiter Man kann auch den Ton hier nicht leider stellen, ey, find ich total belastend, ey 4, 4, 1, 1, go Ah, das ist noch nicht weiter Du bist noch nicht weiter Und du bist noch nicht Du bist noch nicht Du bist noch nicht Ja, ey, Mann Nein, Mann Das ist noch nicht Du bist noch nicht Ja, was du bist noch nicht Du bist noch nicht Hey, Luf, look out Alter, was ist denn das so verstrecken, ey? Oh, Alter. Was ist denn hier? Okay. Oh, Gott. Oh, Gott, ey. Oh, Gott, ey. Oh, Gott, ey. Da, ich hab' zu schüssen, ey. Na, ey. Ah, komm, was? Oh, alter Mann, wo langt denn verdammt nochmal, ey. So, okay. So, jetzt. Ey, was ist denn das für eine Steuerung? Ey, war ey, ich kann doch gar nicht sein. Ich fühlze, empfinde ich die Steuerung. Ey, Steuerung geht überhaupt nicht, ey. Das müssen die noch verbessern, auf jeden Fall. Da geht nicht. Ich fühle mich so empfinde ich, ey. Boah, die Kiste ist nur am Schleudern, ey. Das geht nicht, ey. Überhaupt nicht. Also, die Steuerung könnte ich da voll veressen. Wenn ihr eh mal nach links lenkt, oder nach rechts lenkt. Riecht das Auto sofort aus, ey, totale Scheiße. Links lenken, rechts lenken, ach, vergiss das, ey. Das geht überhaupt nicht, ey. Wenn ihr drücken willst, musst du ja ziehen, dann erst bremsen und dann lenken. Ey, total krass, ey. Also, kein Vergleich zu Türkmen, ja, zwei, ey. Auf keinen Fall, ey. Na los, hier. Schneller, 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 schneller. Kommt den Spürer im Wissen. Und startet sofort, ey. So schnell regiert, gehen wir nicht schnell, so schnell. So schnell regiert, gehen wir nicht so schnell. Du springst und fliegst automatisch von der Strecke. Weil du weißt, weil du weißt, weil man nicht weiß, wo lang wir gehen. Ich bin glück, kein nur noch Miss-Contact-Rug-Wanger 2, wenn man da springen muss. Und, na ja, schauen wir mal. Ich sag ja, da sind Strecken hier, ey. Gerade auf dem Sand ist das Auto so empfindlich, ey. Ich sag ja, da denke ich mal, würde ich jetzt zähl sein. Oder? Ne. Wir wollen noch nicht. Oh, lol, ey. Die dritte Attacke, ey, ne? Doch, jetzt, dritter, oh, fuck you, ey, haha. Wir brauchst allerdings schon drei Minuten für eine Runde, ne? Ja, total hammer. Wie viel versuche ich die erst mal raus? Du brauchst erstmal eine Strecke hier zu schaffen. Das ist total der Hammer. Oh, guck. Jawohl. Na ja, auf dem dritten, bitte, bitte, bitte. Du darfst dich anecken, ey, ne? Wenn du irgendwo aneckst, ist es sofort vorbei und dann hier zusammen, ey. Also, das ist schon echt schwer, äh, so ein Anfänger hat es hinten überhaupt nichts, ey, denn das kannst du wissen. Nächste. Ein Fehler und jetzt ist vorbei. Das ist so schwer. Das ist nur wirklich an der, an der Strecke überhaupt zu gewöhnen, ey. Hammer. Weil ab und zu musst du die Kamera wechseln, sonst siehst du erstmal gar nichts. Du weißt nicht so lang. Genau. Wie geht der zum Beispiel? Ja, das ist voll Hammer. Naja. Mach mal auf jeden Fall ganz sauber spritzig. Im nächsten Part. Weiter. Weiter. Also. Haut da rein. Hau da rein. Hau da rein. Hau da rein. Mal. Vielen Dank.